Wo ist denn jetzt die Tasche hin? Ich habe das allergrößte Verständnis für Frauen und natürlich auch für Männer, die handtaschensüchtig sind. Es gibt zu wenig Handtaschen für Männer. Und meiner Meinung nach ist ein Weekender ein absolutes Staple-Piece. Ist doch egal, welcher Weekender, aber ich habe mir meinen Traum Weekender von Filzen gegründet. Filzen, auch absolute Traditionsmarke, 1897 gegründet in Seattle für den Goldrausch in Alaska. Deshalb unfassbar hochwertige Materialien, musste, sollte wahnsinnig viel standhalten, extrem robust, Canvas, bestes Leder und es fühlt sich, fühlt sich auch ganz wunderbar an. Und ich finde, dass Navy und Dunkelblau mit Abstand die schönste Farbkombi überhaupt ist. Und deshalb ist ein schöner, langlebiger Weekender mein Staple-Piece für diese Folge.